Ja, allen, die uns zuschauen, erst mal ganz, ganz herzliche Grüße aus der herrlichen, wundervollen Türkei. Wir fahren jetzt in einem unbeschreiblichen Heißwasser-Thermal-Pool, um dort wasserleibisch unsere Lilith-Geburten durchzuführen. Ja, ich grüße euch alle und ich werde jetzt, das ist auch eine Premiere für mich, hier im Bus eine erste Belehrung zum Wasserleib und zur Lilith-Geburt machen. Ja, und ich darf mich riesig freuen über meine liebe Kollegin und Schülerin Gülay, die all diese Worte übersetzen wird. So, vielleicht jetzt erst mal die ersten Worte übersetzt an... Okay. Soll ich einfach das, was du jetzt... So ungefähr. Ja, Andreas, internetten şu an canlı yayın yapmakta. Oradaki bütün izleyicileri selamlıyor. Onlara hoş geldin diyor. Şu an Türkiye'de bulduğunu anlatıp, muhteşem bir manzarayla karşı karşıyayız. Şu an Çeşme'ye sıcak, termal suların olduğu bir havuzda beden çalışması yapmak için yola çıktığımızı, güzel bir vakit geçirebiliriz inşallah. Als erstes möchte ich ein paar Worte zur Arbeit im Wasser überhaupt sagen. Ein großer Philosoph hat mal gesagt, als der Mensch oder das, was menschlich war, vor vielen Millionen Jahren aus dem Meer kam und an Land ging, nahm dieses Wesen, also unser Ur-Ur-Ur-Ur-Ur an, das Meer mit. Und es ist tatsächlich so, dass unser Blutplasma fast identisch ist mit Meerwasser. Also der Mensch hat in sich ein Meer. Wir sind eigentlich Meer. Darum tut uns das Meer so gut, wenn wir an das Meer zurückkehren. Andreas, suda yapacağımız çalışmanın hakkında genel bir şeyler anlatmak istiyor. İnsanoğlunun milyonlarca sene önce sudan karaya çıktığında o çıkmasıyla beraber o deniz suyunu da aslında beraberinde getirdiğini ve insanın hücreleri ve özellikle kanındaki plazmanın deniz suyuna çok benzer olduğunu insanın aslında bedeninde denizin ve onun suyunun sürekli bir halde deniz suyu gezdiğini bir şekilde denizden ibaretiz, sunan ibaretiz. Darum kann man sagen, wenn ein Mensch zum Meer zurückkehrt, wenn ein Mensch zum Wasser zurückkehrt, kehrt er immer zu seinen Wurzeln zurück. Und darum tut das Meer ganz, ganz vielen Menschen auch so wahnsinnig gut. Es gibt viele Menschen, die können depressiv sein. In dem Moment, wo sie zum Meer kommen, geht's ihnen besser. Ich kenne das total. Mir kann's ganz schlecht gehen. Kaum sehe ich das Meer, kriege den Wind des Meeres mit. Geht's mir sofort besser. Geht's mir sofort. Man hat die Erfahrung gemacht, mit vielen Therapieformen, besonders mit Körpertherapieformen, dass wenn diese Körpertherapeuten mit ihren Patienten ins Wasser gegangen sind und das gleiche, was sie mit ihm am Land gemacht haben, im Wasser gemacht haben, dass diese Arbeit im Wasser um ein Vielfaches gewirkt hat. Ich weiß nicht, wer von euch Reversing kennt. Eine Form von Atemtherapie. Die wirkt am Land super. Aber gehst du mit den Leuten ins Wasser und machst Wasser-Reversing, hat es teilweise eine fünffach so starke Wirkung. Oder Shiatsu. Shiatsu ist wunderbar, wenn du es am Land machst. Wenn du aber mit den Leuten ins Wasser gehst und mit ihnen Wasser-Shia zu machst, ist die Wirkung um eine Vielfache stärker. Wie geht's mit den anderen Wenn wir gut mit den Boden produzieren, dass wir auch die Schia zu machen können, was wir auch gerade in den Trünen machen können, wenn wir auch die Schia zu machen können, wir gut gut machen können, wir auch die Schia zu machen können, wie wir gut machen können, wenn wir sehr gut machen können, Und es hat damit zu tun, dass das Wasser, besonders das Meerwasser, an sich eine total lösende Wirkung hat. Also das Meerwasser löst an sich ganz viel aus unserem Körper heraus. Es löst Basen aus unserem Körper. Es löst Giftstoffe aus unserem Körper. Alleine dadurch, dass wir im Wasser sind, fängt unser Körper an zu gesunden, zu entgiften. Und genau so scheint es mit unserer Seele zu sein. Unsere Seele scheint im Wasser zu entgiften. Unsere Seele scheint im Wasser in der Lage zu sein, Dinge in Lösung zu bringen, wo wir an Land mit den gleichen Therapien die zehnfache Zeit brauchen. Was ist das Wasser? Ich mache ja seit vielen Jahren jedes Jahr Gruppen für Wasserarbeit im Sommer auf Mallorca und wenn wir dort sind, sind wir am Nachmittag fünf Stunden im Wasser und machen die Arbeit wir heute in unserem Pool machen und ich hatte da mal eine alte Psychoanalytikerin mit in unserer Gruppe und die hat am ersten Wassertag zu mir gesagt, Andreas, ich mache seit 30 Jahren Therapie, seit 30 Jahren und das, was ich heute erlebt habe an Lösungen im Wasser, habe ich in den letzten fünf Jahren nicht an Therapie erlebt. Man könnte sagen, es gibt für unsere Seele fast nichts heilsameres wie das Wasser des Meeres. Andreas, her sene Yaz tatilinde Mayorka'ya ging und heute mit den einzelnen Fällen her sene zu machen. Und das letzte Jahr, ein Psychoanalist mit einer Arbeidigung mit einer Arbeit Arbeit und der Arbeit Arbeit hat, und der Bayan sagte, dass ich 30 Jahre lang habe ich Therapie gemacht habe, aber ich habe einen Tag in der Suche, 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 in der Suche und den Suche, in der Suche und der Suche war, Ich möchte euch jetzt noch ein paar, wenige Worte sagen zu der Arbeit, die wir heute machen, sprich zu euer inneren Haltung, zu dieser Arbeit. Die erste Grundvoraussetzung, die ich allen meinen Schülern für die Wasserarbeit ins Herz lege ist, die wir heute haben. Das bedeutet, wenn wir nachher im Wasser arbeiten, gehen wir davon aus, bilden wir uns ein, dass unsere Hände oben sind und wenn wir jemand berühren, wenn wir jemand im Wasser bearbeiten, gehen wir davon aus, dass wir nichts wissen müssen. Wir müssen nichts wissen. Der Körper, der Leib des Patienten weiß alles und wir müssen nur hören und dem folgen, was wir hören, an Auftrag, was es zu tun gibt. Wir müssen also verstehen, dass wir uns ein bisschen mit dem, dass wir uns zu sehen können. Wir müssen uns zu hören, dass wir uns zwei Blätter und dass wir uns ein bisschen verhalten, dass wir uns ein Blätter anschauen können. Es gibt 20 Bücher über diese Arbeit. Wenn euch diese Arbeit gefehlt, wird sie Sabri euch alle übersetzen. Aber eigentlich müsst ihr das alles nicht wissen, was in diesen Büchern steht. Ihr müsst euch nur eins einbilden können, dass eure Hände Ohren sind und dass der, mit dem ihr gleich im Wasser arbeitet, euch durch seinen Leib, ein Wort noch zum Leib, das ist wichtig, dass du das erklärst. Gibt es im türkischen Begriff für Leib was anderes wie Körper, was anderes wie Geist? Das ist nicht richtig, man sagt, wie Jude ist der Körper, der ist so wie Leib, aber es gibt nicht so eins zu eins. Also im Deutschen sagt man, ich habe einen Körper, ich bin Leib. Ja, das ist schwer. Das ist schwer. Also ist auch nicht so wichtig. Wenn wir nachher ins Wasser gehen, dann werdet ihr den, mit dem ihr arbeitet, berühren. Und ihr werdet mit euren Hand, Ohren lauschen auf den Ruf des Leibes. Und diesem Ruf werdet ihr folgen. Man while also ist sich für dich Dich Denik ... ... dass du nachher an die Hände. Hat trotzdem die Hände und dann dieiente Faust des Er blew. und die Sie ein Körpers zu lassen. Und das Körpers zu gehen, das ist nur die Frage, und die Sie wissen, dass Sie sich das Kulak finden. Das heißt, dass Sie das Körpers zu machen, dass Sie 20.000 Körpersen, dass Sie alles in der Körperschaft haben, Sie haben sich alle, und er sich zum Beispiel. Es gibt noch kein Übersetzungsprogramm, was YouTube-Tipps automatisch in eine andere Sprache übersetzt? Ich glaube nicht. 100% nicht. Kannst du dir bald einen Chip implantieren lassen? Das sind meistens auch so sehr merkwürdige, krumme Übersetzungen. Also, noch ein paar wenige, wirklich nur wenige Anweisungen für unsere Arbeit. Erstes Grundgesetz für diese Arbeit. Wenn ich behandelt werde und meine Behandler machen irgendetwas mit mir, was ich nicht will oder was mir unangenehm ist, muss ich sofort Stopp sagen. Wir haben die Pflicht, sofort Nein zu sagen, wenn irgendwas mit uns passiert, was wir nicht wollen. Wir haben die Pflicht. ein paar Korte. Die erste, wenn man sich wenn man ein gewissermafer, an, fühlt, wenn man sich fühlt, wenn man sich fühlt, Farklı bir hisler oluşuyorsa, onu rahatsız eden herhangi bir şey oluşuyorsa anında derhal çalışmaya dur demesi lazım. Ve herkes de bunu yapmaya hakkı var. Kesinlikle de kullanın. Hiç kimse bu çalışma esnasında yapılmasını istemediği bazı bir şeyleri zorla yaptırmak zorunda değil. Anında herkes müdahale edip lütfen dursun çalışma diye stoplaması lazım o an. Durch diese gründvoraussetzung sind wir in dieser Arbeit völlig sicher. Wir wissen es passiert nichts mit uns was wir nicht wollen und was wir nicht als angenem und heilsam erleben. Bu kuraldan dolayı kendimizi çok konforlu ve güvenli bir ortamda hissedebiliriz. Çünkü gerçekten istemediğimiz hiçbir hareket, hiçbir dokunuş, hiçbir his oluşan hiçbir hisse ona dayanmak zorunda değiliz. Derhal bu çalışmaya son verebiliriz o aktarı. Und wenn wir unseren Patienten berühren und mit unseren Händen horchen und wir hören etwas an Ruf, wo wir selbst unsicher sind, können wir diesem Ruf folgen. Denn können wir auch in der Behandlung einfach kurz fragen, Lieber Chinggis, ich höre den Ruf deines Leibes, ich soll dir dein linkes Ohrläppchen massieren. Aber ich weiß nicht, ob du das willst. Denn gehe ich während der Behandlung zu dir und sage, Hey, hey Chinggis, darf ich dir dein Ohrläppchen massieren? Weil ich habe gerade diesen Ruf gehört. Und dann kann Cengiz zu mir sagen, Oh nein, will ich nicht. Oder Cengiz sagt, Oh, ich habe die ganze Zeit gewartet, dass du mir mein Ohrläppchen massierst. Okay. Okay. Yani misal olarak mesela diyor ki, çalışma yaparken, ben mesela Cengiz'in üzerinde beden çalışması yaparken, ellerim, kulak olmuş olan ellerim şöyle bir çağrıya şahit olsa ki, Cengiz'in aslında kulak memesinin masaj yapılması ihtiyacı oluştu. Ve ben emin değilim, bunu yapabilir miyim, ister mi acaba karşımdaki? O zaman çalışma esnasında onun yanına gidip diyebilirsiniz, sorabilirsiniz de. Yani ben böyle bir çağrı aldım ellerimden. Kulak memesini masaj yapmam gerekiyormuş. Bunu ister misin? Yapayım mı, yapmayayım mı? Ve o kişiye bırakabilirsiniz. O tanesi, evet gerçekten bunu ne zamandan beri de istiyordum mesela diyebilir. Ya da yok, bundan şu an hiç hoşnut değilim, istemiyorum demeye de hakkı var. Also, alles ist wichtig, was uns einen sicheren Raum gibt. Her türlü güveni verilecek ve sağlayacak olan her şey çok önemli. Und es gibt soweit erst mal keine verbote? Bundan dolayı aslında yasak olan, ilk etapta yasak olan hiçbir şey yoktur. Sadece karşınızdaki istekleri güvenliğinde bulundurmak lazım. Es gibt eigentlich nur ein einziges Verbot, dass wir bei der Arbeit nicht die genitalien und die brust unserer Patienten berühren. Sonst können wir, wenn es für den Patienten in Ordnung ist, ihn vom kleinen C bis zum ohrläppchen berühren. Wenn wir den ruf des leibes hören, berühren mich dort. Und wenn es nicht mehr so ist, dass wir die genitalien beherröse oder die glänzigen blöden und die glänzigen blöden 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 die glänzigen blöden blöden und Drei durchgänge der Arbeit machen. Ich werde euch in Gruppen zu drei Leuten aufteilen und diese drei Menschen gehen ins Wasser und wir schauen wie bei der Lichtdusche wer wird als erster behandelt. Dort werden wir drei Personengruppen machen. Ich glaube, es wird eine Gruppe von vier Personengruppen sein. Es wird die drei Personengruppen in der Lage sein. Und wir schauen wie bei der Lichtdusenergie in der Duşung der ersten Terapie zu sehen. Und jede Behandlung wird ungefähr eine Viertel Stunde bis 20 Minuten dauern und dann wechseln wir und der nächste wird behandelt. Diese drei Behandlungen haben folgende Themen. Die Behandlung wird über 15-20 Minuten dauern. Die Behandlung wird über 15-20 Minuten dauern und dann wird die Behandlung der Team verändern. Die Behandlung wird drei Mal wiederholen und jede Behandlung wird ein anderes Thema. Das erste Thema wird sein, dass wir unseren Leib infiltrieren, imprägnieren, durchdringen mit allem, was er braucht, um sicher zu sein. Wir nennen diese erste Sitzung die Erschaffung von Sicherheit im Leib. Und unsere Hände werden hören, was brauchst du Leib, um sicher zu sein. Und vielleicht sagt der Leib, reibe meinen großen Finger ganz zart. Das brauche ich, um sicher zu sein. Und dann reiben wir den großen Finger, bis wir einen anderen Ruf hören. Und jetzt massiere mir noch leicht den Oberarm, dass ich sicher bin. Und unser einziges Ziel ist, dass der Mensch, der dort vor uns im Wasser treibt, ein tiefes Gefühl bis in den Kern seiner Zelle von Sicherheit hat. Wir entwickeln, dass wir an Altarik darin werden. Wir entwickeln, um zu dafür zu sein, dass wir die Einfahrung über zu sein haben, dass wir ons feststellen können. Wir entwickeln die E-Water des E-Water, wenn wir uns glücker Tröme aus shedhalten werden, wenn wir uns in die Zelle der Zeit machen werden können. ist, dass du dir einen kleinen Bezüger mit dem Kupfügel auf den Kupfügel mit einem anderen Kupfügel. Man kann auch andere Kupfügel auf den Kupfügel, wie man so auf dem Kupfügel. Der erste Kupfügel ist, dass du einen Menschen auf der anderen Seite auf dem Kupfügel auf den Kupfügel wirklich auf der Kupfügel Es ist ein Kader, wie wir endlich sind müssen. Susanne wird vor der ersten Sitzung mit uns wieder eine ihrer Heilreisen machen, um den Geburtsraum in uns für die Lille nochmal optimal vorzubereiten. Es wird eine Reise sein, die ganz ähnlich verläuft wie die Reisen, die wir an den letzten beiden Abenden mit Susanne gemacht haben. Erstens, Susanne wird uns wieder eine Reise machen. Das wird eine Reise sein, die Levet'in der Lebensmittel. Susanne und ich werden die ganze Zeit mit im Wasser sein und ich werde lauschen, welche Gruppe am meisten meine Unterstützung braucht. Und wenn irgendjemand von euch in dieser Arbeit das Gefühl hat, dass er Susanne oder meine Hilfe besonders braucht, kann er einfach rufen, das ist total in Ordnung und ich komme sofort zu ihm. Und wir sind in der Zeit, die Arbeit zu sein und wir sind. Wir sind die Arbeit, die Arbeit zu sein. Aber wir müssen immer wiederholen, dass wir uns auf der Handeln können. Wir sind die Arbeit, die Arbeit, die Arbeit, die Arbeit zu sein. Wir sind die Arbeit, die Arbeit, die Arbeit zu sein. Nach dieser ersten Sitzung zum Thema Sicherheit werden wir eine kleine Lunch Pause machen? Und während der Lunch Pause bin ich aber immer da, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Also ich bin heute den ganzen Tag da, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Susanne ist da, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Auch wenn es irgendeinen Wunsch gibt, teste doch mal, ich komme gerade an ein Thema. Was kann ich da tun? Und wir werden, soweit es die Zeit zulässt, auf alle eure individuellen Wünsche eingehen. Wir werden von der Übrigen eine weitere Übrige geben. Herhalde yemek molası, yemek molası arası verilecek. Ve bu mola arasında da Suzan'la ikimiz her daim sizin için varız. Herhangi bir sıkıntınız, sorularınız, arzularınız, ihtiyaçlarınız varsa biz ikimiz bütün gün bugün sizin için buradayız ve bunları çözmeye hazırız. Mesela herhangi bir çalışmada ben ilerleyemiyorum. İçimde bir engel mi var acaba test edip bakabilir misiniz falan. Elimizden geldiğince herkesin sorularını ve ihtiyaçlarını bugün yerine yani zamanın tabi çerçevesinin içerisinde olabildiğince dikkate alıp yardımcı olup çözüm bulmaya çalışacağız. Dann wird die sogenannte Geburtsitzung kommen. In dieser Geburtsitzung stellt sich jeder von euch vor, wenn ihr behandelt wird. Dass er regelrecht seine Lilith gebärt, in diese alltägliche Wirklichkeit hineingebärt. Und die, die ihn dann im Wasser behandeln, stellen sich real vor, sie sind die Hebammen. Was war Hebamme auf Ebbe? Ebbe, es ist die sogenannte Ebbe-Sitzung. Wir werden alle Ebbes, Ebbes für unsere innere Lilith. Und wenn die Geburt vollzogen ist, legen wir, ob Mann oder Frau, diese Lilith in unsere Arme. Und wir haben sie ganz ganz sicher in unseren Armen. Das ist die zweite Sitzung, die Geburt Sitzung. Und das ist die zweite Sitzung. Lelit'in Und die dritte Sitzung wird die Sitzung des Nährens sein. Da werden wir uns vorstellen, wenn wir behandelt werden, dass wir unsere Lilith nähren. Wir geben ihr ein Willkommen, wir geben ihr Nahrung, wir geben ihr Liebe. Und die, die behandeln, hören wieder, was braucht der Leib, damit wir der Lilith all die Liebe geben können, die sie braucht. Was braucht der Leib, damit wir der Lilith all das Willkommen geben können, was sie braucht. Also diese dritte Sitzung ist die Sitzung des Willkommens und die Sitzung des Nährens. Sondaki üçüncü çalışmada da beslenme çalışması yapacağız. Bu şu demektir, o çalışmada yeni doğmuş olan Lilith'in neye ihtiyacı var tamamen beslenmesi için? Danach werden wir nach Hause fahren und unser Diner haben und uns danach wieder um acht im Kreis treffen. Wo ihr die Möglichkeit habt, nochmal alle Fragen zu stellen, die während des heutigen Tages aufgekommen sind. Und Susan wird heute Abend nochmal eine Heiltrance zu uns machen, um diese geborene Lilith in unserem Lilith-Raum ganz willkommen zu heißen, ihr ganz klar und sicher Heimat zu geben. Üçüncü çalışmadan sonra tekrar otelimize döneceğiz, akşam yemeğine. Akşam yemeğinden sonra saat sekizde her akşamki gibi buluşuyoruz tekrar. Daha da geç olabilir. Tekrar çember buluşması yapıp orada yaşadığınız şeylerle alakalı bütün sorularınızı paylaşmak istediklerinizi bize doğru yönetebilirsiniz. Ve Suzan yine ayrıca bir yolculuk yapacak bizimle. O yeni doğmuş olan Lilith'e hoş geldin demek için onu tamamen bu dünyada içimize entegre edebilmemiz için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ich möchte euch eins sagen, dass ich für eure Sicherheit garantiere, wir haben diese Arbeit schon viele hunderte Male gemacht. Wir haben es nicht unbedingt Lilith genannt, sondern wir haben es die Geburt unseres Drachens genannt. Aber die Arbeit ist an sich eine ganz, ganz ähnliche. Und es gab in diesen vielen hunderten Sitzungen noch nicht ein einziges Mal einen Zwischenfall, wo irgendjemand das Gefühl hatte, von dieser Arbeit überfordert zu sein. Es gab immer nur wieder die Auskünfte der Leute, die diese Arbeit gemacht haben, dass ihr Leben danach wirklich ein unvergleichlich anderes geworden ist. und das Thema Beobacht, dass ihr Leben da nicht wirklich keine Ahnung genau weiterentwickelt hat. Sie ist, dass ihr Angst und authentet, dass ihr Leben noch nicht weiß. Ich habe Angst, dass ihr Angst vor Ort babygerät garanti verバイ. Ich habe keine Ahnung, dass ihr Leben zu erreichen. Ich habe Angst, dass ihr Leben auf Batman'e verざnt habt. Und ich habe gewartet, dass ihr Leben auf die Arbeit bemütert hat. Ich habe auch nicht, dass ihr Leben auf dem Zeit gemacht. Ich habe immer noch eine Sorge gemacht. Aber es ist immer noch eine Sorge. Ich habe noch nie negativ etwas mit dem Menschen gesprochen. Und an der anderen Seite, die Menschen oft, die ich mit meinem Gespräch haben, bei dem ich in der Zeit habe, ist es nicht so ähnlich. Ich habe mich sehr verändert. Ich habe mir sehr viel verändert. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich würde gerne mal meine liebe Nicole, die ja eine meiner Leibmeister-Schülerinnen ist, einfach mal fragen für einen Laien zum Verständnis dessen, was wir hier tun werden, habe ich irgendwas vergessen. Ich habe nichts vergessen. Ich wünsche uns einen unvergleichlichen Tag. Und ich bin mir sicher, dass wir, wenn wir nachher nach Hause fahren, wirklich verwandelte sein werden. Wenn einer von euch noch eine Frage hat zur Technik, wobei es gibt ja eigentlich keine Technik, könnt ihr mir die stellen, bevor wir ins Wasser gehen. Also wenn wir dort ankommen, werden wir mit Susanne diese Heilreise machen. Anschließend könnt ihr mir, wenn ihr noch Fragen habt zum Vorgehen, diese Fragen stellen und dann werden wir sofort ins Wasser gehen. Es gibt in Deutschland einen schönen Satz, ich weiß nicht, ob du den übersetzen kannst, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich weiß es, mal gucken, ob ich den übersetzen kann. Ich weiß nicht, ob die Technik ist, ob die Technik ist, wenn man nur Sezgüllerin'in Peşinden geht. Aber wenn man sich die Frage an, wenn wir in der Otele waren, bei der Suzan-Suzan arbeiten können, dann kann man die Frage stellen. Ich bin sehr bereit für mich. Ich bin 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 bereit für mich. Ich sage immer zu meinen Schülern, bevor wir solche Rituale beginnen, bevor wir solche Arbeit machen, heute ist ein guter Tag zum Geboren werden und heute ist ein guter Tag und wieder ein bisschen ein guter Tag und die Welt zu retten. Heute ist ein sehr guter Tag für die Welt wieder zu leben und heute ist ein sehr guter Tag für die Welt ein bisschen mehr zu retten.